Hallo AFOBS und willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und ihr seht, es geht heute nicht um Noppensteine, sondern um zwei Blatt Papier. Was steht da drauf? Zur Verstärkung unseres Teams im Fachbereich IT suchen wir ab sofort am Standort Rüsselsheim am Main einen Werkstudent Software Development. Männlich-Weiblich-Divers. Und hier steht Werkstudent Einkauf Bluebricks. Männlich-Weiblich-Divers. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, denn vor ein paar Wochen haben Nico und ich, Nico, der CTO, der Chief Technical Officer, glaube ich, aus der IT, und ich hier schon mal ein Jobaufruf-Video gestartet. Wir haben nach einigen Stellen gesucht, unter anderem auch nach den beiden. Und viele Stellen konnten wir schon besetzen, die beiden aber noch nicht. Und das brennt mir ein bisschen unter den Nägeln, weil Einkauf Bluebricks, das ist mein Team und ja, wir brauchen echt Verstärkung. Deswegen wollte ich nochmal so ein Update geben zu den beiden Stellen hier, noch ein bisschen was erzählen. Und ich richte mich speziell an euch, an die, die diesen Kanal vielleicht abonniert haben. Das heißt, die sich für Noppensteine interessieren. Das ist jetzt für, doch, das ist auch für den Werkstudenten im Software Development sehr relevant. Und für den Einkauf natürlich fast noch mehr. Denn, wofür ist der Werkstudent des Software Developments verantwortlich? Unter anderem arbeitet er mit bei der Implementierung unseres neuen Webshop-Systems. Ein neuer Webshop. So, ja, es ist nicht nur so, dass wir ein neues ERP-System, ein neues Warenwirtschaftssystem, also eine neue Innerei in unserer Firma implementieren, was viel Arbeit macht. Aber auch sehr spannend ist, sondern wir wollen auch gerne einen neuen Webshop haben. Wie ihr wisst, ist unser Webshop auf dem neuesten Stand der Technologie, ist ja nicht. Also, wir müssen da was tun. Wir wollen den Webshop einfach besser machen, als er bisher ist. Kundenfreundlicher, besser zu navigieren, hübscher, einfach geiler. Ich meine, ich sage selbst, ich will einen besseren Webshop haben. Ihr denkt es euch vielleicht auch. Da wollen wir ran und dafür brauchen wir euch. Wenn ihr Studenten mit Schwerpunkt Informatik, Wirtschaftsinformatik seid, wenn ihr vielleicht schon erste Erfahrungen gemacht habt im Namen von Praktika oder Werkstudententätigkeiten in diesem Bereich, wenn ihr erste Kenntnisse in PHP, MySQL oder in JavaScript, in HTML5 und so weiter, wenn ihr da erste Kenntnisse habt, meldet euch bei uns. Sämtliche Details der Stellenbeschreibung findet ihr unter dem Video. Ist verlinkt zu der, ich glaube, LinkedIn-Stellenanzeige. Wichtig ist auch, das möchte ich hier nochmal betonen, die Sprachkenntnisse. Wir sind ein deutsches Team. Wir reden hier im Team Deutsch miteinander. Das heißt, egal ob hier oder hier, du solltest Deutsch verstehen. Also, wenn du mir hier folgen kannst, ist das schon mal sehr gut. Wenn du dich auch ähnlich ausdrücken kannst wie ich, ist das auch super. Wir reden von verhandlungssicheren Deutschkenntnissen. Deutschkenntnisse auf Niveau A1 oder A2 helfen uns tatsächlich nicht weiter. Und gute Englischkenntnisse. Das ist bei den Software-Developern wichtig, weil wir tatsächlich ein oder zwei Softwareentwickler haben, die remote für uns arbeiten, bei denen Deutsch nicht die Muttersprache ist. Aber wir reden hier von einem Werkstudenten, der in Rüsselsheim sitzt und der idealerweise entweder deutscher Muttersprachler ist, männlich-weiblich-divers, ihr wisst, oder zumindest sehr, sehr gutes Deutsch spricht. Das ist die eine Stellenanzeige. Und die andere ist der Werkstudent im Einkauf. Auch da sind die Deutschkenntnisse extrem wichtig, weil wir hier im Team, die Alexa, meine neue Chefin, die CPO, die Jungs aus der Produktentwicklung, inklusive Tamara, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, und meine Kollegen, die Nadja und der Oliver. Aber wir sprechen alle Deutsch miteinander. Das solltest du verstehen, das solltest du mitreden können. Und was machst du so als Werkstudent im Einkauf? Du überwachst mit uns unsere Warenbestände, damit die wichtigen Sätze nicht ausgehen, trotz des Kundenandrangs. Du recherchierst im Internet, beobachtest den Markt, du evaluierst neue Produkte, die uns angeboten werden. Sind die wirklich was für uns? Sollten wir das bestellen? Wenn ja, welche Mengen sollten wir bestellen? Natürlich in Abstimmung mit uns. Du unterstützt uns bei der Bestandspflege unserer Produkte, für die Online-Plattformen und für die Stores. Denn wir beliefern auch die Stores. Da ist Nadja primär dafür zuständig bei uns im Team. Aber auch sie braucht Unterstützung. Denn, ihr habt es ja schon gehört, das neue ERP-System kommt. Das bedeutet, dass wir jetzt alle möglichen Sachen testen müssen. Und das kostet uns Zeit. Arbeitszeit, die wir eigentlich mit Bestandspflege und so weiter verbringen. Das heißt, wir brauchen dich als Unterstützung. Wir beliefern auch unsere Stores mit Ware, mit Hilfsmitteln. Wir kommunizieren mit der Produktentwicklung, mit der Auftragsbearbeitung, mit der Logistik. Damit auch alles flutscht. Es gibt eine ganze Menge Tätigkeiten bei uns, die sehr, sehr spannend sind. Und wenn du gerne als Werkstudent bei uns arbeiten möchtest oder auch als Praktikant, aber nicht so für vier Wochen, sondern für ein halbes Jahr beispielsweise oder für ein Dreivierteljahr, bist du bei uns hoch willkommen. Und so ein Werkstudent, der oder die bei uns tolle Arbeit leistet und der es dir bei uns im Team gefällt, der oder die ist dann ja irgendwann auch mit dem Studium, mit dem Master oder mit dem Bachelor, wie auch immer, fertig. Und dann wären wir ja vielleicht auch ein interessanter Arbeitgeber. Dann hättest du bei uns schon mindestens anderthalb Füße in der Tür. Da könnte es besser laufen. Und gerade wenn du Noppensteine begeistert bist, also um Noppensteine geht es bei uns irgendwie schon auch, ja. Wir sind ein, finde ich, sehr lustiges Team. Wir haben sehr viel Spaß miteinander. Wir gehen oft in der Mittagspause zusammen was essen und so weiter. Wir unternehmen auch abseits der Arbeit mal was miteinander. Und wir würden uns freuen, wenn du unser Team verstärkst. Das Gleiche gilt übrigens für die Softwarejungs auch. Ich war drüben in Rüsselsheim. Wir sitzen ja in Flörsheim. Also der Werkstudent Einkauf Dubix wäre vor Ort in Flörsheim. Aber Rüsselsheim ist gerade auf der anderen Main-Seite. Das ist 10 Minuten mit dem Auto. Ich war mit den IT-Lehrern auch schon mal in der Mittagspause weg. Das sind auch sehr lustige Jungs, muss ich sagen. Und auch nicht nur Jungs. Das war es letztendlich auch schon. Schaut euch die Stellenanzeigen gerne mal auf LinkedIn an. Wenn ihr euch vorstellen könnt, in dem Bereich als Werkstudent oder als Praktikant zu arbeiten, dann meldet euch bei uns. Schreibt uns eine Bewerbung. Wir freuen uns auf euch. Für heute war es das aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Mitarbeitende auch nicht. Demnächst gibt es noch mehr. Zumindest mehr Noppensteine. Und ich hoffe auch, dass du uns dann im Team verstärkst. Bis dahin wünschen wir euch allen viel Spaß beim Bauen. Macht's gut.